Könnte Schweden und Finnland den Russen im Kriegsfall ordentlich einheizen? Mann, Stärke, Panzer, Luftwaffe etc. Super stream. Danke für die Unterstützung. Schweden und Finnland sind, wie man so schön sagt, ich kenne immer die englischen Begriffe, weil ich hauptsächlich die englische Literatur lese. Und da sagt man, they punch above their weight. Also sie schlagen härter zu als ihre Gewichtsklasse. Ist so wortwörtlich übersetzt. Gemeint damit ist es, die sind deutlich stärker, als man es anhand ihrer Größe erwarten würde. Wir dürfen nicht vergessen, beide Nationen waren bis vor kurzem neutral und als Neutrale hatten sie zwar mehr oder weniger damit gerechnet, dass der Westen ihnen schon helfen würde im Falle eines russischen Angriffs. Aber ihre gesamte Doktrin ist darauf ausgelegt, die Russen abzuwehren. Die Schweden rüsten nicht gegen einen deutschen Angriff über die Ostsee. Die rüsten nicht gegen einen Krieg gegen Norwegen oder Dänemark. Die rüsten gegen einen russischen Angriff und nur gegen einen russischen Angriff. Und die Finnen haben keine Angst, dass die Schweden sie wieder einverleiben wollen, weil Finnland ja mal ein Teil des schwedischen Königreichs war. Die haben Angst vor den Russen. Das heißt, die trainieren seit Jahrzehnten, bereiten sich beide Nationen auf einen Krieg gegen Russland vor, arbeiten an entsprechenden Reserven, an entsprechendem Material. Wir haben über den Gripen schon ein paar Mal gesprochen. Ein Kampfflugzeug, ein leichtes Kampfflugzeug, was das perfekte Kampfflugzeug ist zum Kampf gegen Russland. Was dadurch natürlich auch das perfekte Kampfflugzeug der Ukrainer wäre. Warum? Weil die Schweden damit gerechnet haben, zumindest eine Weile lang müssen wir vielleicht alleine kämpfen. Denn die Amerikaner können uns zwar helfen, aber die tun es nicht automatisch. Und wenn wir gegen die Russen kämpfen, kämpfen wir gegen einen, der viel mehr Flugzeuge hat als wir, der unsere Flugfelder zerbombt. Und wir können uns nicht leisten, ein riesiges Militär permanent zu unterhalten. Wir müssen es mit Wehrpflichtigen machen. Also brauchen wir ein Kampfflugzeug, was in der Scheune im Wald gewartet werden kann, im Wald vom praktisch Feldweg starten kann. Ich glaube, geteert brauchen sie schon, aber bildlich gesprochen. Was die Wehrpflichtigen warten können, unter der Überwachung von ein oder zwei Besser Ausgebildeten. Und das heißt, das gesamte Kampfflugzeug ist von vorne bis hinten so konzipiert, dass es zum Kampf gegen Russland zu gebrauchen ist, gegen ein Russland, was die Luftherrschaft hat. Und das wäre daher natürlich ideal für die Finnen. Und das zeigt, wie die gesamte doktrinäre Ausbildung ist. Denn wir haben in der Vergangenheit mal über das G36 gesprochen, weil ja damals die damalige Verteidigungsministerin erklärt hat, das Taugenichts und so weiter, weil sie nicht kapiert hat, wie die Beschaffung funktioniert. Beschaffung funktioniert so, dass das Militär sagt, wir brauchen etwas. Und das Militär stellt diese Anforderungen im Idealfall an einem realistischen Problem. Nicht immer, bedauerlicherweise, aber im Idealfall. Und wenn ich also dann eine andere Situation habe, dann ist nicht der Hersteller schuld, sondern allenfalls das Militär, weil das was anderes angefordert hat. Nun ist es so, dass bei den Schweden und bei den Finnen, seit, wenn wir mal pauschal sagen wollen, 100 Jahren, beide Seiten sagen, wir müssen, unser Militär muss gegen die Russen wirken. Und wenn man sich über 100 Jahre darauf vorbereitet, Doktrinen arbeitet, die Taktiken arbeitet, die Ausbildung, alles in diese Richtung, dann ist man gegen die Bedrohung von dort ein gutes Stück weit gewappnet. Und dann sind sie eben beide bis vor kurzem neutral gewesen, haben also die Kapazitäten erhalten und aufgebaut, dass sie zumindest die Russen erheblich verzögern können. Die Finnen haben ja zum Beispiel auf den Krieg in der Ukraine reagiert, indem sie jedem ihrer registrierten Reservisten nur einen Brief geschickt haben. Das war die finnische Abschreckung 2014. Die haben einfach 800.000 Briefe verschickt mit der Aufforderung, bitte die Daten zu aktualisieren. Und das wurde natürlich veröffentlicht. Das war eine sehr subtile Art und Weise, abzuschränken. Die Finnen haben einfach gesagt, liebe Russen, wir haben 800.000 Mann, die wir notfalls einziehen können. Ihr müsst in unseren Wäldern auf 800.000 finnische Soldaten. treffen, wenn es ernst wird. Wollt er das wirklich? Das war alles, was die Finnen gemacht haben. Und die konnten es halt. Also ich halte sehr, sehr viel von denen. Mittelfristig droht natürlich irgendwann, dass sich beide Nationen beginnen auszuruhen auf der NATO, auf dem Schutz der NATO, so wie es sehr viele andere europäische NATO-Länder tun und getan haben. Im Sinne von, jetzt müssen wir ja nicht mehr gut sein, weil die NATO uns beschützt. Das droht natürlich mittelfristig. Aber da sorgt Russland gerade dafür, dass das zumindest sich eine Weile verzögern wird, bis diese beiden Länder in ihrer Wehrkapazität verringert werden. Also ich halte extrem viel von ihnen. Die sind hervorragend ausgebildete und in weiten Teilen sehr, sehr gut ausgerüstete Soldaten und dazu die Fähigkeit, ein verhältnismäßig starkes Militär aufzustellen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.